Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4, ich werde verarscht, 4. Ja, anders kann man das ja eh schon immer bezeichnen. Das ist echt, es ist so gemein, es ist halt wirklich, es ist schon boshaft. Das muss man echt sagen, das ist echt schon richtig, richtig boshaft. Ähm, ja, ich verliess es nochmal, naja, dass wir hier raufbauen können, so, ja, fall runter, hast eh recht. Runter, hast eh recht, so, geht's jetzt auch. So, her mit dem Dreck. So, na komm, meine Güte. So, und du auch noch. So, ich muss an Höhe gewinnen, das heißt hier nochmal eins hoch. Wenn es den Klappen tut, so, schaffe ich es jetzt. Eins noch höher, wenn es, ja, natürlich. Natürlich, ich nehme den Falschen, es ist ganz klar. Selbstverständlich macht er das. So. Dann nehmen wir den jetzt mit, falle ich unten den Tod, wenn ich das mache. Ach, wahrscheinlich, weil ich nichts sehe, absolut gar nichts sehe. So. Ich sehe wirklich nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich da... So, jetzt, ja. Jetzt, ja. Ah ja, da fehlt ja auch noch einer. Richtig. Richtig. Da fehlt noch einer. Und zwar ein Felsen. Ich werde den da nehmen. Hau ruck. So. Würdest du... Ach, bitte. Würdest du... Bitte. Ah, ist das nicht echt. Klipsel doch an. Oder so. Warte mal. Jetzt aber, oder? Alter Schalter, war das jetzt Arbeit. So. Dasselbe in Grün jetzt nochmal. Jetzt nehmen wir den wieder weg. Oder... Ja. Den müssen wir jetzt wieder wegnehmen, weil wir müssen schauen, dass der da unten und so, ne? Platz findet. So. Das war jetzt nur dazu, dass das Rote da drüben verschwindet. Mehr hat... Mehr Sinn hatte das Ganze jetzt nicht. Ja. So. Wie muss der jetzt durch? Ähm, genau auf meiner Augenhöhe. Das heißt, da. Okay. Würfel. Ähm. Wie viele... Na, siehe, fallenden Tod. Ist ganz klar. Das musste jetzt mal passieren. Das ist halt echt. Boah, ey. Wenn wir das hier haben, ey, ich schwöre. Dann geh ich mir mal einen Tee kochen. Oder einen Kaffee. Irgend so was. Mit Rum wahrscheinlich drin. Oder Schnaps. Oder Belis. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach ja. So, den nehm ich dann mal. So. Sind wir jetzt dann schon drunter. Ich glaube. Dann werde ich mir... Den hier ausborgen wahrscheinlich. Jo. Dann kommst du dran, du Gratler. Na, noch nix. Da kommt vorher noch ein anderer. Ein du nämlich. Du kommst hier drauf. Du kommst... Dann kommst... Du normalerweise. Mit dem Grünen zu mir. Genau. Dann kommt das wieder weg. Ja. Würdest du bitte anständig... Und du... kommst hier hin. So, klappt das jetzt? Ja. Das hätten wir schon mal. So, jetzt muss ich nur noch da rauf. Ich glaube, das geht hier recht gut. So. Jo. Warte. Was habe ich mir hier gedacht gehabt? Nein, da habe ich mir was anderes gedacht gehabt. Mir fällt es gerade wieder ein. Ähm... Nicht in diese Richtung darf er. Entschuldigung. Das war wieder mein Fehler. So. Dass ich nicht in den Tod stürze. Hoffentlich. Nicht in die Richtung muss er schießen. In die Richtung muss er schießen. Ja. Natürlich habe ich es wieder versemmelt. Ach, herrje. Minee. Natürlich habe ich es versemmelt. Oh yeah. Versemmelt. Oh yeah. Ja, 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 ja. Das ist zu. Das ist zu. Ja, ja. So. Er muss da rüber schießen. Das geht jetzt nicht aus. Er muss... Mach ich das gerade etwas zu kompliziert? Hätte es jetzt gereicht, wenn ich einfach den strahle da drüben für da rüber, dann schreie ich. Könnt ihr schon mal die Ohren zu halten? Ich schwöre, ich schreie. Hm? Naja. Was soll's. Es hilft ja auch das Schreien nix. Eigentlich. So. Komm, klipsel dich bitte an. Danke. Es ist halt echt... Weil ich gerade sehe, ne? Ich glaube, ich drehe es vielleicht doch nochmal lieber. Ich bin mir jetzt gerade total unsicher. Aber es müsste schon stimmen, ne? Da, dann rauf und dann wird's rüber gehen. Wird er sich rüberschießen lassen. Es müsste schon gehen. Wo müsste das eigentlich... ...so sein? Noch tiefer. Ach, du Heilige. Ach, komm. Komm. Ja. Runter mit dir. Na. Komm. Nein, nicht du. Du. Runter mit dir. So. Du kommst. Bitte. Hier hin. So. Ach, du Heilige. So. Wo schießt du jetzt hin? Na, geh runter da. Hm? Hä? Das ist wieder typisch. Runter mit dir. So. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. So. Ach so, ja. Ich brauche ja... Dich kann ich zwecksentfremden, ne? So. Jetzt müsste ich da rüber hüpfen können. Ja, wenn die Leertaste mitmacht wieder mal. Ganz klar. Heureka. So. Und Heureka. Boah, ich schwöre, ich bin's... Warte. Den da oben hab ich jetzt vergessen. Ist ganz klar. Den da oben hab ich jetzt vergessen. Ich, du, mich. Na. Würdest du bitte... Danke. Einfach mittun. So. Ich weiß nicht, ob ich das so... Schaffen wir das? Nein. Natürlich nicht. Aber wenigstens so passt schon mal. Ich hätte nochmal hüpfen müssen. Ich dachte, es geht sich aus. Aber nein. Natürlich nicht. Wieso sollte es auch? So. Heureka. Nochmal von vorn. Dann nochmal hüpfen. Also, von vorn. Nochmal das Teil da holen. Würdest du bitte... Danke. So. Gott sei Dank speichert es da permanent. Ich würde wahnsinnig werden, wenn er das nicht tun würde. So. Jetzt aber. Und Sprung. Jetzt passt er. So. Jetzt bin ich gespannt, ob das einigermaßen hinhaut. Sonst werde ich wahrscheinlich weinen. Und? Zu niedrig? Zu niedrig. Zu niedrig. Warum ist das jetzt zu niedrig? Warte mal. Komm. Klips dich an. Mach. Sonst werde ich böse. Das macht er das nicht. So. Gut. Warte mal kurz. Wo ist denn das drum jetzt? Das rote Scheißding. 1, 2, 3, 4 hoch oder was, ne? 1, 2, 3 hoch ist es nur. Aha. Okay. Ja, ja, ich verstehe schon. So. Zurück. Dann so mal. So. Der Strahl, der muss jetzt da runter. Boah, ist das anstrengend. So. Oder wie? Das stimmt ja auch nicht. Ich kann vor allem nicht nach oben schießen, ne? Ich kann nämlich nicht nach oben schießen. Wir haben jetzt momentan zwei ungenützte, ne? Gibt es noch einen dritten ungenützten? Das ist jetzt meine Frage. Weil, wenn wir jetzt noch irgendwo einen dritten haben und ich auf den vergessen habe, wüsste ich, wie es geht. Zumindest kann ich es mir vorstellen. Da habe ich keinen mehr hingestellt, ne? Nö. Ach, du Heilige, ist das kompliziert. Das ist echt kompliziert. Da stehe ich gerade momentan an. Mh, mh, mh. Der ist genau 3 hoch. Das ist so unverschämt. Na, warte. Der ist 4 hoch. Na, wohl passt schon 3 hoch. Der ist 3 hoch. Das heißt, optimal wäre es, wenn er noch hierher leiten würde. Ach, du Heilige. Ich verstehe schon. Und dann brauche ich dich aber hier nochmal einen, der hierher schießen kann. Gut. Okay. Dann muss es noch einen geben. Irgendwo. Dann muss es noch einen geben. Ich komme schon drauf schon langsam, wie das gemeint ist. Oh, das ist ja zu hoch. Mehr als 3, oder? 1, 2, 3. Aha. Okay, 1, 2, 3. Ich verstehe schon. So. Ach so. So. Na du? Warum schießt du jetzt nimmer? Hä? Ach so. Bin doof. Passt schon. Ich muss jetzt wieder umstellen. Ja, warum schießt er nimmer? Na, warum wohl? Weil ich doof bin. Ich muss nicht wieder so einstellen, dass das passt. Ich Idiot. Dafür bouge ich mich jetzt. Ja. Toll gelaufen. Ich wollte mir gerade einen blauen ausborgen, aber nicht von der Seite. Da bouge ich mir einen aus. Ach, du liebes Bisschen. So. Stell dich bitte rauf. Stell dich auf den Dings. Bitte. So. Natürlich. Ist das verkehrt? So. Ach, komm. Ähm. Dann brauche ich noch einen. Das ist echt gerade übel. Richtig übel. Und bitte du jetzt. Wenigstens mal so. Du kommst wieder weg. So. Du auch. Na, du nicht. Was mache ich denn da? Du musst da bleiben. Du musst da bleiben. Weil ich jetzt die Richtung wieder einstellen muss. Ähm. Jetzt müsste es passen. Ja. Jetzt kann ich den wieder hier her bauen. So. Na komm. Klipsel. Passt. Sonst geht es da wieder durch, ne? Passt. So. Rauf. Rüber. Da drüben haben wir jetzt das Problem. Da drüben habe ich jetzt ein Problem. Gut. Meine Güte. Brauche ich jetzt nochmal einen Bad oder was? Das ist so kompliziert. Ich schwöre. Ich sage es euch. Das ist so. So unglaublich kompliziert. So. Na hoch mit dir. Oh, ruck. So, ja. 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 Besser geht es nicht, weil da kommt es ja nicht durch, ne? Da kann sie nirgendwo, da kann sie nirgendwo durch. Sind das dann jetzt drei? Ich hoffe. So. Ich muss abbauen. Das ist echt... Boah, ey. Oh, ruck. Ja, natürlich. Schafft es es nicht. Ist ganz klar. Dann tun wir halt hier nochmal einen hin. Weißt du schon, weil du so ungeschickt bist. Okay. Jawohl. Du bist sowas Ungeschicktes. Und Heureka. Kriegst du das jetzt echt nicht hin? Mädel. Willst du mich jetzt... Jetzt hier will sie mich ärgern. Die will mich nur ärgern. Die ganze Zeit. Wieso hüpft sie denn jetzt so behindert? Entschuldigung, aber ist ja wahr. So langsam echt... Grrrr. Ne? Mädel. Boah, bin ich froh, wenn wir mit dem Level hier fertig sind. Also mit der Geschichte hier. Das wird jetzt langsam echt... Bäh. So. Leertaste. Mach mit. Ich schwöre, ich verkaufe dich. So. Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, ob das passen wird. Vielleicht noch eins weiter heraßen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den letzten herkrieg. Den werde ich suchen müssen. Ich hoffe, der ist ja irgendwo. Ich grübel gerade ein bisschen rum. So nebenbei. So. So. Da müsste jetzt eigentlich... Der daherkommen. So. Wow. Langsam. Heureka. So. Dann haben wir den mal da drüben. Da müsste ich nochmal was bauen können, damit es sich umleitet. Alter, wie sie immer Haken schlägt, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das auch drei hoch ist. Und da bräuchte ich eben jetzt noch einen. Da was aufstellen und dann bräuchte ich noch einen. Sag bloß, da drüben ist noch einer. Versteckt. Wahrscheinlich, ne? Ich atme nur schwer. Ich atme nur schwer. Sonst geht es mir gut. Ich baue jetzt nur... Auf jeden Fall brauche ich von allen hier... ...diese Dinger. Da drüben. Na, Logo. Ist ja Logo, ne? Scheißlich. Das dauert ewig. Weil da drüben war man nicht. Und das erklärt dann so einiges. So. So, bitteschön. Dass das nicht schneller gehen kann, ne? Das ist eigentlich traurig fast. Oder gemeinsam so. Das zieht das Ganze nur unnötigst in die Länge. Ich hoffe echt, dass kein Licht noch ein Level ist. Alter Schwere. Ja, aber da müsste es fast versteckt sein, der Letzte. Es geht sich sonst nicht... Es geht sich sonst nicht anders aus, finde ich halt. Wir brauchen definitiv noch einen. So. Also. Hinter. So. Dann die vier holen. So. Und da muss ich da irgendwie rundherum, ne? Da so am Eck, da am besten, darüber. Weil da drüben habe ich gesehen, das ist auch ein Loch drinnen. Es müsste dann hoffentlich passen. Übel ist das. Wirklich, wirklich übel. Übel. Warte. Wenn ich nicht immer hüpfen muss. So. Ich mache jetzt die faule Straße. So. Die Straße für die faule Zocki. So muss ich sagen. Oder den Weg für die faule Zocki. So. Eine Straße ist es ja nicht. So. Also. So. Da kannst du echt wieder singen. Der Weg wird steinig und schwer. Würfelig und schwer zwar. Aber ja. Das ist echt kein leichtes Level. Ich stelle mich wahrscheinlich auch nur einfach doof an. Das könnte natürlich auch sein. Aber es liegt auch daran, dass ich mich selber verwirre. Jo. Ach, du liebe Zeit. Du liebe Zeit. So. Dam-di-da-dam-dam-dam-dam. So. Ja. So. Wurde sprechen von den Würfeln. Die nehme ich jetzt auch mal mit. So. Jetzt werden wir dann wohl hoffentlich Ruhe haben. So. Ach ja. So. Ich brauche eh nur noch ein paar, dass wir so quasi um die Ecke, dass wir es um die Ecke schaffen. So. Theoretisch kann ich jetzt eh schon die Ecke anfangen. So. Na, wird noch nicht drei. Brauche ich noch ein bisschen. Es hilft doch nichts, wenn ich da immer nachrücken tue, ne? Weil ich, äh, das eine Teil ja, ich hoffe halt, dass es dort ist, bitte. Ich hoffe echt, dass es dort ist, dass es gerade nicht umsonst war. Ähm. Dass wir das eine Teil dann quasi hier zurückschleppen können. Und hier aufbauen können. Deshalb muss ich hier immer so doofe Wege machen. In dem Fall ist das echt doof. Ein bisschen aber nur. So. Kann ich da schon? Würdest du... Meine Güte. Danke. Achso, das war zu früh, ne? Ich schau mal. Da hätte ich noch eines... Hätte noch eins am... Seitwärts... Ja. Da muss ich noch um eins rausgehen. Da. Aber jetzt. Wow, jetzt wäre ich fast runtergefallen, glaube ich. So, jetzt schau ich mal. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das klappt. So. Na? So, ein Stück zurück. Bitte klebsel dich an. Das kann ja nicht sein. Dass du das nicht hinkriegst. Du Würfel. So. Jetzt aber. Jawohl. Ach, herrje. So. Ja. Von hier aus. So. So. Der nächste. Gut. Ja, das ist jetzt leider immer ein bisschen so... Ach ja. Ähm. Zick-zack-mäßig, sag ich mal. Ja. Ja, das nehme ich gern so. Das auch. Und? Jetzt haben wir da mal den Weg frei. Und? Liege ich richtig? Ist das so ein Teil? Nein. Ist es nicht. Ist es nicht. Das war jetzt auch für den Arsch. Nein, war es nicht. War es nicht. Es war nicht für den Arsch. Es war nicht für den Arsch. Glaube ich. Eins, zwei, drei, vier hoch ist der. Glaube ich. Das gibt's doch nicht, oder? Das kann ja nicht so unglaublich kompliziert sein, oder doch? Ich bin nicht für den Arsch. Ich bin gerade richtig am grübeln. Muss ich ehrlich sagen. Pfff. Ich hab keine Ahnung. Ich hab grad wirklich keine Ahnung. Sie sind alles auf vier. Das ist grad echt doof. Das ist grad echt doof. Ich hätte sonst gedacht gehabt, den hierher zu leiten. Aber da hat er auch vier. Das bringt's ja gar nix. Oh je. Hm. Egal was ich mach, es geht's nicht aus, ne? Und da ist auch keiner irgendwie versteckt von diesen Dingen. Das ist einer... Sag ich mal, wäre... Ach, das sind nur blaue Würfel, ne? Das ist jetzt echt eine blöde Geschichte. Muss ich echt sagen. Muss ich echt sagen. Warte mal. Boah, ey. Diese Scheiß-Würfel-Bauerei. Echt. Warte mal. Da oben ist noch was. Da oben geht's noch weiter. Boah, wenn das da oben versteckt ist. Ich schwöre. Ich schwöre. Was schwöre ich denn? Keine Ahnung, was ich schwöre. Ich schwöre, Mann. So. Würdest du bitte... ordentlich und so. 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 Und. So. Und. So. Vielleicht gab's ja. Hü. 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 Ja, natürlich. Klappt wunderbar. Hü. 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 Dome ist auch nix, ne? Würdest du bitte... Hallo. Hallo. Geht's hier etwa noch weiter rauf? Ja, eigentlich schon. Äh, warte. So. Das wär besser. So. Nein. Dann noch eins. Komm. Du Würfel. Ja. Und das haben wir da? Nix. Ne schöne Aussicht. Mehr haben wir net. Okay. Was mach ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte echt gehofft, dass hier noch einer ist. Aber das muss anscheinend was mit denen gehen, die wir haben. Aber wie? Warum dann auch der ganze Aufwand? Ich seh ihn. Da drüben ist er. Da oben. Da oben ist er. Schatz, da ist der letzte. Ich hab ihn grad gesehen. Oh Gott, ob ich das schaffe? Jo. Ich hab ihn grad gesehen. Ich bin so blind. Da oben ist er. Ach, Mensch. Mensch. Ich muss wieder rüber. Ich muss wieder rüber. Das ist so bitter. Gerade. Ist dieses Mistding da oben. Da oben. Bei der Etage. Hier rauf. Da rauf. Holen. Herstellen. Dann haben wir's. Ich werd narisch. Ich könnte aus der Haut fahren. So. Na, jetzt fall ich wieder runter. Nein. Möchte ich nicht. So. Nein, ich bin... Ich bin nicht genervt. Warum sollte ich auch... So. Ist doch lustig. Tralala. Und Lilili. Und Dülülü. Alles gut. Jetzt haben wir eh schon fast geschafft. Nach zwei. Ja, das wird noch für immer, wenn ich Becher hab, einen dritten Part dauern. Weil ich ja wahrscheinlich wieder runterfallen werd. Und so. Ja. Also. Kann ich mich schon mal drauf einstellen, dass das so sein wird. Ja. So. Jetzt haben wir die Plotilien den Weg wieder fertig. Jetzt haben wir die Plotilien den Weg wieder fertig. Den Depperten Würfel nehme ich auch gleich mit. Den werde ich jetzt eh brauchen. So. Hoi, Rekka. Hoi, Rekka. Hoi, Rekka. Ja. Ja. Wunderbar. Bitte. Klipsel dich an. Richtig. Ja, der will halt nicht anders. Er will es halt so. Er will das so. Horuck. Horuck. Sehe ich nämlich auch, dass hier welche sind. Vielleicht kann ich hier eine kleine Brücke bauen. So. So. Und so. Und den da. Komm. Horuck. Und den da. Und vielleicht auch den hier. So. Damit ich nicht nochmal runterfalle. Nehme ich noch einen. Für hier hin. Und das müsste schon passen. Ja. Supi. So. Sind wir da richtig? Da wahrscheinlich. Passt. Dann stellen wir mal hin. Ich werde diesen Dima, wenn ich ihn wiedersehe, welche meine Kugel verpassen. Nicht, weil ich ihn hasse. Aber weil er einfach nur ein Arsch ist. Stell das jetzt endlich auf, du blöder Kackdürfel. So. Das ist ja wahr. So. So ein Stück nach vorne. Oder? Na, passt. Dann gehen wir wieder die Bufen aufstellen, ne? Das haben wir ja schon mal wohl hinbekommen. Ich würde sagen, hier tun wir eine hier. Da tun wir eine hier. Ich würde sagen, hier zum Baller-Baller machen. Ah, ich stelle gleich alle da auf. Wenn es ausgeht, da vorne dann auch noch eine. So. Also. Einmal. Und. Zwei. Nein. Okay. Zweimal. Und dann noch dritten. So. Und die können schon loslegen. Bitte sehr. Und dann bauen wir noch so ein... Ja, Fall runter, hast du recht. So ein Geschützding bauen wir noch da auf. So. Alter. Geht schon. Können schon holen gehen, das Zeug. Na, hast du keinen Bock? Ja, natürlich falle ich wieder runter. Wegen diesem verdammten Kackkäfer. Jawohl, sie schießen eh mal. Wahnsinn. Ihr könnt schießen. Wow. Toll. Super. Schießt du auch? Na, nicht wirklich, ne? 60%. So, ich steh mich da hin, damit sie mich wieder runterschubsen können. So, bitte. Ach, du Heilige. So, einer noch. Jawohl. Du kannst die Simulation jederzeit verlassen. Danke. Speichere. Endlich. Speichere. Speichere. 0Y-8K-7D. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Ich habe eine seltsame Aufnahme in den Vorkriegsdaten der U-Boot-Basis gefunden. Die Marines hier waren mit einer fortschrittlichen Kampfrüstung ausgestattet. In der Basis befinden sich noch einige Rüstungen in unterschiedlichem Zustand. Aber es waren weitere Ladungen der Rüstung auf dem Weg zur Basis, als die Bomben fielen. Sie könnten noch in gutem Zustand sein, wenn die Dichtung gehalten wird. Ich habe keine Verwendung dafür, aber man weiß ja nie. Vielleicht lohnt es sich irgendwann, das Ding zu bergen. Zusätzliche Daten angefügt. Positionsdaten der Rüstungsladungen. Koordinaten heruntergeladen. Vollständige Erinnerung abgerufen. Simulation endet in 3, 2, 1. Hm, das hört sich dann nach einer Powerrüstung an, ne? Können wir ja dann bei passender Gelegenheit mal holen gehen. Aber wir haben eh die, eigentlich die Beste im Spiel. Also laut Geiz. Also können sie uns eigentlich auch gestohlen bleiben. So. Alter. Rein da. Und. Speichern vor allem. Ah, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Ja. Ich fühle mich jetzt wieder wohl in meiner zweiten Haut. Das war echt heftig gerade. So, wir hauen ab. Wir hauen ab. Boah, das war jetzt echt heftig. Aber wir haben es hingeverkelt. Können wir stolz auf uns sein. So. Gibt es hier noch irgendwas für uns zu mitnehmen? Ja, toll. Viel. So, aufmachen. Und gut ist. Was? Was? Ja. Äh, wo geht es hier jetzt raus? Ich würde gerne hier raus eigentlich. Da? Nö. Oh, das nehmen wir mit. Wieso geht es denn hier nicht raus? Ich will ja durch den ganzen, die ganze Inni laufen. Ehrlich gesagt. Weißt du was? Weißt du was? Wumms. Ja, ich kann dich hören, aber ich werde dich jetzt hier nicht erlösen. So. Können wir da draufdrücken und dann sterben alle? Schade. Boah, das wäre jetzt echt gemein, ne? Pfui. So. Ui. Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit. Ach, du liebe Zeit. Na, fein. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Im nächsten bringen wir Dima seine Erinnerungen zurück. Und, äh, schauen dann, wie es weitergeht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, ja, ob wir bei den Kindern des Atoms, ob wir da viel was machen werden, das weiß ich nicht. Ähm, wir werden es jetzt sehen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.